Die werden dich schon geblitzt haben, Schatz. Wir werden jetzt ein großes Problem kriegen. Wo bist du denn jetzt? Ich bin schlimm, aus Wanderersheb. Brems einfach ab. Brems ab. Und fahr wieder, wenn die drehen. Ja, wahnsinnig. Und jetzt? Funken, wir müssen funken. Klaus, wir sind hier gerissen. Ja, also wir sind gerade beim Unicorn. Beim Unicorn fahren wir gerade Richtung Norden. Ja, nee, fahren weiter in Richtung Westen, Richtung Recyclinghof. Am Recyclinghof sind wir jetzt angekommen. Fahren hier einmal weiter Richtung Westen. Wir haben eine Mier hinter uns. Ja, alles gut. Wir fahren weiter Richtung Weasel News aktuell. Ja, ja, mach ruhig, mach ruhig. Die haben mich nicht durchsucht, die Idioten, mich nicht festgenommen, weil ich herumgesickt habe. Wir sind gerade am Weasel News angekommen. Fahren weiter in Richtung Norden. Ah, ist das schön. Am Weißen Parkus fahren wir weiter in Richtung Norden. Jetzt fahren wir einmal Richtung Westen am Museum vorbei. Am Museum fahren wir einmal wieder Richtung Norden, Richtung Anmeldestelle. Die sind so ekelhaft. Hier sind wir weiter hin. Wir sind jetzt Höhe, Anmeldestelle. Jetzt die UJ. Die UJ Richtung Rockford Plaza gerade, Richtung Osten unterwegs. Ziehen durch Rockford Plaza durch. Nähe und immer noch hinter uns. Wir sind jetzt an der Baustelle angekommen. Fahren jetzt wieder Richtung Süden, Richtung Arcadius Tower. Sind am Arcadius jetzt angekommen. Am Arcadius angekommen weiterhin jetzt Richtung Osten unterwegs. Die Sturmstadtpark. Lass mich doch einfach ein Reifen zerschießen. Nein, Schatz. Wenn du schießt, schießt sie mit. Ich weiß. Das ist das Problem. Ich muss die Reifen treffen. Ja, wir sind jetzt wieder am Stadtpark angekommen. Fahren hier wieder Richtung Süden. Sind auf der östlichen Seite. Ziehen einmal Richtung Mission Row. Richtung Osten. Kommst du durch die Teppichgasse? Ja, wir sind gerade im Parkhaus. Oh, der hat angedutscht. Er hat gecheckt, was wir machen. Wir sind jetzt wieder Mission Row hinter Mission Row. Teppichgasse, also okay. Ja, sind wir auf dem Weg hin. Wir haben jetzt in die Teppichgasse recht von uns. Wir fahren jetzt durch die Teppichgasse durch Richtung Busdepot. Wir sind am Busdepot angekommen. Fahren nach Norden. Oh, wie lebt. Juhu. Geht's dir gut, Klaus? Oh, shit. Und wir ziehen jetzt durch. Zieh durch. Oh, Gott. Zieh zurück. Zieh einfach durch. Ach, komm immer durch. Noch, schaffst du. Schaffst du. Nein, egal. Schaffst du. Dann fahr einfach weiter. Fahr Richtung Norden hoch. Komm mit dem Weiburg-Hilz rein. Ich hab meine Waffe noch. Ich hab alles verhalten. Ich kann immer. Zieh einfach durch. Mann, sind die Idee nicht. Die haben mich nicht festgenommen. Die haben meine Personalien nicht. Die haben gar nichts. Die Einzigen, die meine Personalien haben, sind die MMD. Ja, fahren die Weiburg-Hilz. Fahren die Weiburg-Hilz direkt hier rechts. Oh, ich war. Ja, wir sind weg. Wir sind in Weiburg-Hilz. Keine Kopfschlagung hinter uns. Ich kann immer. Will. Ja, fahr einfach durch. Fahr durch. Einfach mal raus. Entschuldigung, Schatz. Ich musste jetzt schnell agieren. Dann lass es dir klatschen. Du kannst alles auflegen. Ich liebe dich dafür. Ich dachte, ich hör dich richtig. Ich hab abgehobt. Du bleibst hinter uns. Oh, bist du ehrenvoll. Du meinst ehrenlos? Oh, es tat mir so leid. Ich hab mich doch entschuldigt und so. Aber ich hätte meine Maske nicht abnehmen dürfen. Scheiße, deine. Was haben wir nicht, oder was? Ja, was sollen sie ihm vorwerfen? Die sind ihm reingepittet. Die haben ihn richtig hart gepittet. Oh, war das ehrenlos von ihm. Die haben einfach durchgegangen, denn als er dicht gemacht hat. Ah, weh. So. Ich will weh. Wie man das dann einfach. Schatz, lass mich fahren. Der Gewang ist fast hin, Schatz. Ja. Hast du irgendwo ein Auto stehen? Ähm. Wie ist denn ein Auto stehen? Ein Bafio, leider. Von der Kreuzung, ähm. Bei der Passwertzahl 701. Wo? Ähm. Hey, warte. Du bist ja jetzt allein, oder was? Bis dann.